Ich will auch mal aufsteigen. Nein. Oh, das bekloppte Lied wieder. Sehr cool. Das ist gute Fahrstuhlmusik. Ich muss dazu abdancen. Oh yeah, oh yeah. Weil ich da super Uhren tanze. Nein, ne? Ich weiß nicht, was das hier um soll. Wieso wurden wir eigentlich gleich die ersten Male, gleich erschreckt und dann ist nichts mehr passiert? Weiß ich nicht. Also in der Sinne vollstreckt. Okay, da kann die eine Tussle noch mal aus ihrem komischen Grab raus, aber... Ich bin nur mit. Ich bin auch nur hier. Die Musik, ey. Also das nächste Mal lasse ich mich echt von dieser Hand greifen. Oh, oh, oh. Kann ich hier raus? Man kann hier ja gar nicht raus. Ich habe Angst, dass hier was passiert. Ja, wie passiert denn jetzt? Da qualmt einfach nur alles. Und Funkenspritz. Irgendwie passiert ja hier diesmal gar nichts. Ich meine. Warum? Boah, das ist ein Sinn. Ich glaube, diese bekloppte Mod hier hat gar keinen Sinn. Wie kommst du darauf? Das weiß ich übrigens, wie wir auf unsere Spielstunden bei Gary's Mod gekommen sind. Äh, also unsere Spielstunden bei Gary's Mod kommt immer noch zu 95% von Zombie Survival. Ja. Wie war das nochmal gesagt? Du hast 126 Stunden oder so? Nee, ich habe irgendwie fast 190 Stunden gespielt. Ich habe irgendwie 526. Was eigentlich schon sehr abartig krank ist. Ja, es ist wirklich. Zombie Survival. Und das haben wir an einem Tag gespielt. Ja, klar. Zombie Survival hat vorhin unser Leben kontrolliert. Echt? Können wir eigentlich mal wieder zocken? Oder haben sie das so runtergespampt? Ich habe keine Ahnung, was daraus geworden ist. Ich weiß nur, dass ich hier mal wieder öffnen könnte. Soll ich mal Schleichwerbung machen? Nein. Schleichwerbung! Profil überhaupt. Weiß noch nicht. Dass ich vielleicht mal wieder ein Let's Playmate. Das sagst du schon sehr lange. Boah, es ist hier mit einem Fahrstuhl. Wir sind, äh, ne? Incoming schreit jemand, geil. Baker, hallo. Oh, kommst du mit? Oh, er kommt mit. Baker fährt auch mit. Hallo, Baker. Willkommen in unserer Selbsthilfegruppe. Ich führe absolut beklassert. Nein, der guckt auch so behindert. Ja, hallo, der ist gerade Kopf über den Rampen klatscht da. Der hat eben noch nicht so behindert geguckt, als er reingekommen ist. Na, doch, hat er. Na, guck mal an. Was hat er da oben gegen die Decke? Was ist da oben an der Decke? Ich glaube, er hat dasselbe Geräusch wie der Spanne. Ja. Äh, äh. Darfst du husten? Hört sich nicht. Ich huste dir ins Gesicht, du Stück. Wie spät haben wir es schon? Mann, das ist ja noch gar nicht so spät. Ene mene Meste, ich fing an dich, ich feste. Oh, du kommst. What the fuck? Siehst du was? Ja. Ich sehe nur eine weiße Wand. Gut. Ich glaube, du willst das noch gar nicht sehen, Thomas. Was ist denn das? Nichts. Nur fliegende Kätzchen. Nur fliegende Kätzchen mit Herzchen und glücklicher Mut. Warum sehe ich das nicht? Bei mir war echt nur eine weiße Wand. Ich bin froh, dass es weg ist. Das war sehr gruselig. Schade. Das Beste im Spiel habe ich verpasst. Das Beste im Spiel ist klar, so eine dumme, verfickte Katze. Ich sah nur Bilder. Schleichwerbung. Ich frage mich, wie voll diese Fahrstudie überhaupt noch werden kann. Ich meine, irgendwann müssen wir doch alle aussteigen, oder nicht? Ich habe keine Ahnung. Ich fand es einfach noch, ich habe noch ein bisschen Zeit. Oh. Bis 6 Uhr bleibe ich mindestens noch stehen. Ich finde es nett, dass das Spiel wächst. Oh, 5,5, alles klar. Ja, 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 wir haben zum Glück eine Uhr dabei. Ja, eine Uhr. Okay. Okay. Okay, mir geht's gut. Oh. Das ist ja geil. Ich möchte auch so einen. Können wir bitte so einen hier mit dem Fahrstuhl haben, der das die ganze Zeit macht? Thomas, als wäre das gleich passiert, dann dreh ich durch. Nee, der kommt jetzt an. Danke. Oh, schade. Wäre da jetzt einer reingesprungen. Ich dachte, ich dreh einen Rasse aus, ey. Ich hätte gerne einen hier im Fahrstuhl gehabt. Mä, 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 mä. Du fliegst da schon wieder. Ha, die Musik. Sebastian guckt die schon wieder so böse. Oh, scheiße, ey. Das Ding ist so ein Ohrwurmteil. Ja. Ich finde das hier drin echt schon zu voll. Ich stelle mir vor, wir könnten nicht durch die durchlaufen. Wenn das echte Hintern ist, ey. Oh, das ist richtig nervig. Pass auf, ich glaube, es geht los. Was? Es hat eh so kurz geruckelt. Ich glaube, die Tür geht gleich auf. Tür, öffne dich! Jetzt! Oh, das hat einfach nur die Musik geändert. Jetzt! Alter. Los! Ich fange gleich an, mit Sebastian über den Sinn des Lebens zu philosophieren. Oh, Gitarrenman! Da hast du deinen Sinn. Er ist ein echter Countryboy. Na, komm rein! Komm, komm mit deiner Gitarre! Komm! Komm! Der kommt ja nicht rein, der hat noch nicht mal richtige Pupillen. Ja, und? Macht auch nichts. Wir haben auch Sebastian hier drin. Kann er auch mitmachen. Ey, Falkling! Warum sitzen manche Leute mit der Gitarre vorm Fahrstuhl? Warum hat der überhaupt einen eigenen Raum, wo er einen Fahrstuhl hat? Man weiß es nicht. Komm zu husten. Na du? Na du? Na? 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 Ich dreh nur durch! Wo geht dieser Fahrstuhl über? Hast du gesehen? Was? Was? Schau, jetzt kann ich es gerade nicht. Oh, ich muss die gleich nochmal aufwürfen. Was hast du schon wieder gemacht? Er hat eben den Klatsch gemacht mit der Hand. Uh, wieder bekloppte Musik! Stop-Sounds. Geil. Wieso? Mein dummen alten Kommandos. Okay. Nies, one of the last units make yourself ready for the insanity device. Du, kennst du die nicht mehr? Habe ich doch jetzt immer down gespannt. Was? Ach, du hast ja dafür deine ganzen Kurzfalltasten, ne? Jurassic Park! Uuuuuh! Ja, Gott, da habe ich jemand wie aus dem Himmel gef... Ich glaube, ich war geil so falsch. Sniper-Ghost-Warrior! Hallo! Genau das. Hörst du mich jetzt auf? Ja, schreit dich weg! Das ist... Wow! Das ist das selbe Geräusch wie aus... Uuuh! Äh, Gröck! The Jurassic Park! Uuuh! Okay, wenn denn das hier nach... Geist? Schade. Ach nee, das war ja anders. War's eigentlich. So war das. Ja, RTD. Funktioniert nicht! Wow, das wohl kommt. Ja, also für alle Leute, die uns hier immer noch beobachten, in unserem Fahrstuhl. Das ist 20 vor 6 und... Ja, wir stehen immer noch im Fahrstuhl. Wir stehen immer noch im Fahrstuhl, wollte ich auch gerade sagen. Und alle... Und mit Derek, mit Baker... Warte, warte, guck, guck! Warum macht er das jetzt nicht? Was... Was hast du denn? Komisch. Hm. Okay, muss ich noch ein bisschen warten, anscheinend. Pass auf, Stein. Was hab ich denn eben gedrückt? Oh. Thomas! 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 Was soll das? Was bist du denn? Was hast du denn? Was hast du denn? Ich bin scheiße. Das ist doch voll gruselig, Mann. Also eigentlich fand ich es recht witzig. Ich war nicht gruselig. Oh, ich bin gruselig. Oh, ich bin gruselig. Oh, ich bin gruselig. Oh, ich bin gruselig. Ich gruselig einfach mal irgendwelche Knöpfe. Aber passiert nichts. Da, da. Da, da, da. Da, da, da. Sag mal. Also, fahrstuhltechnisch ist ja echt nicht viel los, ne? Nein. Ich bin wirklich. Und? Was hast du heute so gemacht, Titnays, Piers? Oh. Da steht jemand mit der Knifte. Komm rein. Das herr ist Gordon. Oh, er kommt tatsächlich. Nein. Geil. Der stellt sich jetzt in die Mitte, oder wie? Was ist der Arsch? Tu doch wirklich. Wie soll der dicke Nache? Warum dreht er sich? Okay, zu dir kann er sich hindringen. Also, ich hoffe, er pustet jetzt ein paar Leute weg. Wieso? Das sieht aus wie mein alter Ofenmeister. Hallo. Ja, ne? Können wir jetzt weiter? Ich bin hier raus. Wir sind viel zu viele gruselige Menschen. Gordon. 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 Mein Name ist Thomas. Thomas Gordon. Gordon. Thomas. Gordon Gordon. Thomas Thomas Gordon. Gordon Gordon. Thomas Thomas Gordon Gordon. Umstarrter mich an. Wer soll dich anstarrn? Gordon Gordon Thomas. Warum hat der jetzt einst seine Knifte hier drin? Ich weiß nicht. Gordon Gordon Thomas Thomas Gordon. Ich hätte gerne Pumpgun. Ich hätte gerne Thomas Thomas Gordon. Thomas Thomas Gordon Gordon. Thomas Gordon Gordon. Thomas. It's me. I kill you. Also, so langsam wäre das echt ein bisschen. kuschelig. So, pass auf. Jetzt. Oder auch nicht. Und dann, weißt du was? Na? Du kannst diese Spiel mit 128 Leuten theoretisch starten. Mit 128? Ja. Ich würde sie dir halt in den Barstuhl kriegen. Yeah. Ist klar. Wie schlecht. Und wer ist es? Wer ist es? Hallo. Mein Name ist Alex. Nee. Elli. Hört sich fast an wie ein Pornostar. Ich drehe mich hier einfach nur eine Runde um. Und ich wollte... Was? Ich... Du sprichst... Das ist so ein geiler Anblick gerade. Diese ganzen Leute. Wenn ich daran nachdenke, wie wir die getroffen haben. Weiß ich auch noch die Geschichte zu jedem hier? Also, Tiffany Spears, die kam einfach mit rein. Ich weiß nicht mal mehr die Geschichte der Letzten. Die war einfach da, fertig. Oh. Oh. Warum? Ja, ja. Macht Sinn. Halt dich für sehr sinnvoll. Alter, ey. Das geht gar nicht. In der Hände, in der Hände. Hast du mir nochmal zu schubsen oder was du vorhattest? Achso, ja. Ich tu nochmal den Knopf. Ich hab ja nicht geplatscht. Hast du das mitgekriegt? Ja, ich hab's gesehen. Klatsch. Du musst nur R drücken. R? Ja. Alles klar. Merk mir für einen Moment. Willst du jemanden wegklatschen? Wenn ich jemanden wegklatschen möchte. Klatsch, Gordon. Mal gucken, ob er durchdreht und auch noch loll. Gordon, Gordon, Thomas, Thomas, Gordon, 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 Thomas, Thomas. Oh yeah. Wie ewig lange kann man sich mit so'n Scheiß hier beschäftigen? Ich weiß es nicht. Wir haben ja noch nicht alles gefunden. Und ich glaube, es soll sehr viel geben. Aber naja, das wird so gut generiert. Irgendwann werden wir hier wohl ja rauskommen. Echt? Kommt man irgendwann hier raus? Ich denke doch. Hat das Spiel so was wie ein Ende? Ich meine, irgendwann musst du in dieser Partstu- Oh, hello. Rienigald von Bloodslope. Sieht aus wie ein Psychopath. Nee, du kommst hier nicht rein. Nein, du bleibst draußen. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Hau ab. Du kommst hier nicht rein. Klatschi. Ey. Wow. Alter. Siehst du das auch? Siehst du nicht die Flamme auf seinem Kopf? Das meine ich. Ich glaube, der hat brennende Kopfschmerzen. Alter. Ich glaube, das ist nett, wenn man den Kopf überhitzt. Ey, Alter. Hast du Burnout? Burnout-Syndrom. Er heißt aber regional von Blurb dem Blutzt-Wurb. Komm, lass ihn wegklatschen. Ich kann es aber gerade nicht. Erstmal auf die Uhr gucken. Aber wenigstens guckt er ihn an, wenn man ihn anhüstet. Ich kann auch nicht klatschen gerade. Hast du jemanden geklatscht? Nee, ich glaube, ich kann nicht klatschen. Ich glaube, ich habe einen anderen Klatschknopf. Du hast gerade den Finger in den Ohr gesteckt. Hä? Hast du ihn gemacht? Ja, er ist GD. Reach for the Romanian Immortal Dance. Das ist eine schlechte Anspielung. Die habe ich schon seit Jahren drin gehabt. Ich habe seitdem nie den Ort richtig... Hm. Da ist der Boden gerade runtergesunken. Meinst du? Ja. Ist überhaupt was passiert? Ja, wir sind hier gerade ein bisschen abgesunken, Thomas. Wer wir? Ja. Cool. Geil. Was? Oh, sie fallen alle hinterher. Selbst die brennende Birne. Was zur Hölle? Ich will ihn schlagen. Muss er warten. Ich glaube, du musst... Ich will nicht unseren menschlichen Feuerball hauen. Lass mal anhusten. Ich glaube, ich packe dich in das nächste Super Wagon Adventure mit rein, Thomas. Was für ein... Super Amazing Wagon Adventure. Was ist das denn? Das ist ein Abenteuer mit drei Freunden. Wir fahren mit einem Waggon. Und ich glaube, ich packe dich da mit rein in die Geschichte. Fauen wir denn hin? Weiß ich nicht. Die erste Geschichte... Die erste Geschichte ist schon geändert. Sind alle gestorben. Die zweite Geschichte mache ich dann, glaube ich, mit dir, mit Alex und noch jemanden da drin. Müssen wir mal gucken. Super Wagon Adventure. Oh. Es geht weiter. Hä? Hä? Ich bin mit raus. Geil! Oh. Hey! Oh, Gordon bleibt drin. Gordon, Gordon. Ja, vielleicht drin bleiben. Was machen wir hier? Ja, und jetzt? Weiß ich nicht. Jetzt sind wir hier. Ich guck gerade, was es hier so gibt. Was machen wir denn hier? Wie sind denn alle rausgegangen? Oh, TV-Instruction. Billard, press... Two people can play at once. Okay, Billard, left click, äh... To take a shot, Maus, we adjust forces. Ah, cool. Ich bin dran. Du, was? So spiel wie Billard. Haha, du bist... Oh, so, aber erst muss ja alles zum Stehen gekommen sein, ne? Okay... Jetzt könnte ich, oder wie? Ja. Aber ich kann irgendwie nur... Wo ist denn der Schläger? Wieso hab ich denn denn? Also, geh mal weg. Achso, wahrscheinlich... Vollständig, wahrscheinlich bist du jetzt wieder dran. Hast du eben? Nee, äh... Das hast du jetzt, ne? Das war ich jetzt. Gut, jetzt hast du die Kugel aber versenkt, das hast du... Press Use. Nee, du bist noch gar nicht da mit drin. Du musst da... Du musst rangehen... Und links klicken. Ich hab geused. Ich hab used gedrückt. Aber wenige hier sagt es, darf ich nicht. Bad Argument, name got new value, okay? Was? Name expected got new value. Ich will das nicht mehr spielen, wie komm ich da raus? Nee, gar nicht. Get back to the area or you will lose the game. Press Use. You're loosed. Okay, press Use and the remote to change video. Wo ist denn der Fernse? Was denn das alles? Okay, erstmal dreht Lukas durch. Du musst ja doch einen Fernseher finden. Wo ist der Fernse? Da ist der Fernse. Da ist die Fernbedienung. Fernbedienung. YouTube zünkt. Thomas, komm mal bitte hierher. Wo? Wo? Wo bist du? Zu mir. Wo bist du? Hier beim Fernseher. Wo ist denn der Fernseher? Alter. Wo ist denn der Fernseher? Bei mir. Äh, äh. Sag mir doch mal, wo du bist. Ach da. Ah. Jetzt? Warte kurz. Passiert auch was? Ja. Warte. Mach doch mal die Glotze an. Da wieder. Tja. Ein schöner Wohnladen, muss man sagen. Ich seh nicht. Ah, der jetzt. Der Video has not yet been selected. Da ist Maulwurf. Hä? Was war das? Hä? Maulwurf. Wie bedient man den? Maulwurf. Naulwurf. 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 Ich hab ihn jetzt wieder ausgeschaltet. Bei mir ist er noch an. Hast du ein Video selected? Äh, ich hab jetzt gerade gar nichts an. Ja, ich hab den brennenden Typen geschlagen. Toll. Ja, mach mir nur. Thomas, wo nachsuchen wir denn? Hä? Wo nachsuchen wir denn? Nee, wo nach? Komm mal, hören wir da an. Äh. Ich lese gar der hirnlose Text an der Wand. Was? Er wird das Elbe-Videos. Okay. Okay, das darf ich nicht so gut gehen. Was? Alter, ich komme damit vor nicht gleich. Ich gehe zurück in den Dings, wie heißt das denn da? In den Elevator zu Gordon! Hallo Gordon! Ah, hier, Mats, hier steht was. Top Floor, use the panel to play again. Than Gordon. Lots of spaghetti! Wollen wir uns da mal abspielen? You'll get my fingers all sooty. Oh! Das ist ja nichts, oder? Das ist ja kein Ding. Hä? Jetzt habe ich ihn immerhin angemacht. Ding, 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 dingy fried, Puzzle Percy. It burns! Dignified, Gordon corrected. It means... Oh! It means... All Toasters, Toast, Toast! Was? Äh... Was? Was? Alle Leute haben uns rund vor den Tod gesäppt! Echt? Cool. Oi! 2 million do we're here, sorry. Das war unsere Reise in... Elevator Source. Was? Soll ich dir jetzt mal was verraten? Ja. Das Spiel ist genau dann abgestürzt, als ich... Gangnam Style... Surge! Bats! Was? Ich habe das Spiel kaputt gemacht. Scheiße. Ich wusste doch, das kann nicht gut enden. Ja. 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 Ja, genau. Hm? Was sagen wir dazu? Der Fernseher ausgemacht. So. Bist du noch im Spiel? Ja. Wieso bist du noch im Spiel? Also nicht nur... Alle sind tot und du bist gecrashed und das war's. Also Leute, ich verabschiede euch von unserer möglichen ersten Episode und wahrscheinlich auch letzte Episode von Elevator Source. Definitiv letzte. Definitiv letzte Episode. Äh... Minitank will jetzt gerne mitspielen, aber darf er nicht. Also gehe ich hier jetzt einfach raus. Definitiv letzte! Hahaha. Und dann sehen wir uns nächstes Mal! Bei einem anderen dummen Projekt unter Motto, dich Thomas wieder mit reinschleifen werde. Echt? Bei Zebrastreifensimulator oder sowas? Okay. Hahaha. Da aufwarten wir. Also nochmal, wer es bis hierhin tatsächlich durchgehalten hat mitzugucken. Respekt! Schleifwärmung! Bis dann, Leute. Was? Schnaps? Genau. Schnaps? Ja. Hast du gerade Schnaps gesagt? Ja. Nimmst du noch auf? Ja. Oh. Und jetzt? Immer noch. Scheiße. Bist du sicher? Nein. Gut. Und jetzt? Nein. 2 Minuten?